Hallo zusammen, nächste Programmvorschau ist ein reiner Spiegel, der heutigen Predigt von Jakob Czarnke. Ich gucke sie mir und höre sie mir vor allen Dingen heute Abend an. Das heißt, was da drin vorkommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber eins, wo Jakob Czarnke draufsteht, ist Qualität drin. Könnt ihr dann schauen bei Bitshoot, VK, Odyssee und Rumble, die sich den Trailer bei WagenusTV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren ab in die Browserzeile. Bis gleich, tschüss.